Ob ich denn auf der Gamescom bin? Ja, Leute, ich bin tatsächlich auf der Gamescom. Surprise, surprise. Und sogar ist geplant, dass ich dort jeden Tag bin. Natürlich werde ich... What the? Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Dr. Dummkopf-Folge von Minecraft Mark. Denn gestern, ja, war das gegen Ende hin doch schon ein wenig... Ja, war es dumm? Aber es war leichtsinnig. Sagen wir es einfach mal so. Es hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben. P-Dizzle, du hättest auch einfach mit dem Zauberstab irgendwie so fünf Blöcke hochfliegen können. Und dann hättest du es... Ach, jetzt habe ich auf einmal keinen Fall Schaden mehr bekommen. Also, warte mal. Und jetzt vor dem Aufprallen nochmal drücken. Ist aber auch Bananenbibel, dass jetzt auf jeden Fall kein zweites Mal passieren. Denn ich werde einfach immer das Jetpack benutzen. Und wieso habe ich jetzt hier gerade eine Minute Soul Fray? Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Denn ich habe mal so ein bisschen geguckt, was wir denn alles noch so haben. Vor allen Dingen auch in den Kommentaren, was ihr denn so wollt. Da stand natürlich auch immer noch der gute alte Arcane Bora. Der aber gar nicht so einfach zu craften ist. Und ich muss auch unbedingt mal wieder einen Livestream machen. Das werde ich dann aber rechtzeitig ankündigen. Momentan sind wirklich tausend verschiedene Sachen, sei es nun Waro, Pipapo, so ein bisschen im Plan. Und da bleibt relativ wenig Zeit. Wir nehmen uns jetzt aber die Zeit, um vielleicht mal hier vorne, warte, wo war das? Taumatische Bastelei. Dass wir uns doch mal hier vielleicht die Telekinese schlägt Schwerkraftblasen jederzeit. Dazu brauchen wir noch einmal Motos. Das sollten wir uns doch einfach mal holen, würde ich einfach mal so sagen. Also hier, sage ich knaggig, direkt mal hier ein bisschen Ordo. Mal wieder. Oh, nochmal Ordo. Und da kommt Triple. Oh, was ist hier los? Hier, oh. Komm schon. Verdammt. Aber egal, ey. Das war richtig nice. Da haben wir jetzt erstmal wieder viermal Ordo. Da machen wir uns hier einen Motos. Und dann werden wir das direkt erforschen. Hier, gib mir das. Telekinese. Du hast einen Stabfokus kreiert, der kinetisch auf dem Boden liegende Objekte bewegen kann. Dieser Fokus wird nahe Items zu dem Punkt bewegen, auf den du zeigst. Schleichen wird die Items stattdessen zu dir bringen. Ändert mich so ein bisschen an meine Axt, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir den so unbedingt benötigen momentan. Weil auf dem Boden liegende Items, Objekte, da fand ich irgendwie hier diese Dislokation ein bisschen cooler. Muss ich ja einfach mal so sagen. Und da haben wir eigentlich, glaube ich, auch Instabilität wieder sehr hoch. Aber es gab irgendwo hier, den würde ich ganz gerne auch nochmal kurz erforschen. Der Talisman des Einbehaltens. Ich werde mir deine Zeit nehmen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Denn ich möchte mal so ein bisschen in Zukunft gucken, was wir uns denn alles noch so craften können. Weil hier sind eigentlich noch so viele Sachen offen. Vor allen Dingen hier selbst bei dem Verzaubern. Auch was eine ätherische Plattform ist. Verstecke, Brom und Barium. Klingt eigentlich gar nicht so geil. Oder hier der Aspektanalysierer. Computerisiertes Scannen. Könnte man auch machen. Aber jetzt snacken wir uns erstmal hier den Talisman. Benötigen noch einmal Humanus. Wieso haben wir denn hier keine Humanus mehr? Das macht mich ein bisschen betroffen. Okay, macht das eigentlich gar nicht. Äh, Cognizia und Bichia. Müssten wir doch beides... Ja, da haben wir ja. Wo ist denn Bichia? Zack. Mal ein paar. Mal mal. Ja, dass wir ungefähr gleich viel von den beiden haben. Oh, wir haben auch keine Tinte mehr im Füller. Da müssen wir mal gucken. Hier packen wir die einfach da rein. Und eigentlich irgendwo habe ich auch letztens nochmal Tinte hingetan. Aber es ist ja kein Problem. Leute, ab morgen werden wir uns hier ja mit Kev zusammensetzen. Und dann ist hoffentlich ein ME-System am Schlüssel. Sodass wir hier keine Unordnung mehr haben. Sondern die Sachen einfach im Computer eigengeben können. Und dann haben wir direkt den feinen Kram. So, jetzt haben wir den ganzen Crimscrams. Dann snacken wir uns mal den Talisman des Einbehaltens. Jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Nachdem du nun weißt, dass Zombie-Hirne die Fähigkeit haben, Erfahrungen zu speichern, hast du einen Talisman kreiert, der dieses Verhalten nachahmt. Jedoch nicht in perfekten Ausmaß? Um die Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern, zu nutzen, musst du den Talisman recht... Ja, aber so toll ist er es auch nicht, oder? Weil wir brauchen eigentlich kaum Erfahrungspunkte. Tut mir leid. Hier, ich werde mir deine Zeit nehmen. Klang irgendwie ein bisschen besser. Das klingt so ein bisschen wie eine Werbung. Und dann klickt man da irgendwie drauf und denkt sich... Ja, uh, das ist ja gar nicht so toll. Ganz ehrlich. Hier haben wir eigentlich auch nichts mehr. Das Badesalz war eigentlich nochmal ganz interessant. Und was das hier oben ist, das würde ich super gerne wissen. Der gasförmige Illumation. Helligkeit außer Sichtweite. Ich gucke mal kurz, was es ist. Ach, ach, das muss ich auch noch erforschen. Weil ich... Das sah so aus, als wäre das eine Maske oder so. Uh, das ist einfach. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber eher zu Lux ist es doch, oder? Jo, okidoki. Einmal ganz schnell. Und auch, das steht immer noch in den Kommentaren. Meine Damen und Herren, die Seite einfach bei Google eingeben. Research Helper. Dann kommt das direkt am Anfang. Und das ist nicht sonderlich schwer, das herauszufinden. Und die Seite ist eigentlich auch sehr selbsterklärend. So. Modus an AR. Dann Orvolatos. Nein! Oh, das haben wir auch nicht mehr. Komm schon. Oh, warte. Den haben wir sogar behalten. Der ist mit AR, ne? Also Ordo ist echt... Wir haben auch gar nicht mehr so viel AR. Weil wir haben natürlich relativ viel schon erforscht in letzter Zeit. So, dann muss ich jetzt hier nur noch mal den dran. Und dann haben wir das auch. Komm, jetzt gib mir mal irgendwas Cooles. Zack, Alter. Oh, was ist das denn? Hyperenergetisches Nitor. Oh, hier geht es ja doch noch ganz gut weiter. Was ist denn das jetzt? Du hast die Feinheiten des Lichts studiert und einen Weg gefunden, komplett unsichtbares Licht durch das Erfüllen einer Fiole mit rohem Licht zu kreieren. Ah, das ist praktisch zum Ausleuchten. Aber da braucht man auch wieder relativ viel hier im Stromkasten. Beziehungsweise in dem komischen alten Body, der dann wahrscheinlich wieder komplett überläuft. Gasförmige Tenebrä. Oh, da brauche ich vier Motors für. Aber da möchte ich mir auch noch mal gönnen. Na, komm. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen Holz holen hier. Huh? Ich wollte schon gerade sagen, da war so ein klitzekleiner Lag. Ja, Ignis. Und da brauchen wir alles nicht. Wir brauchen... Nein, auch kein Aqua. Auch kein AR. Und ich kann da sowieso mal ein paar Fragen klären, denn auch... Obwohl ich das auch schon tausendmal gesagt habe, kommen ganz, ganz oft die Fragen. Pidizzle, bist du denn... Oh, warte, können wir mal irgendwie Holz? Haben wir denn noch... Wir müssen doch irgendwo noch mal ein bisschen Holz haben. Kann nicht wahr sein. Nee, aber scheinbar bin ich entweder zu blind oder... Wir haben ja ganz viele Fichtensetzlinge. Nur gut, gehen wir mal ein bisschen Holz hacken. Ob ich denn auf der Gamescom bin? Ja, Leute. Ich bin tatsächlich auf der Gamescom. Surprise, surprise. Und sogar ist geplant, dass ich dort jeden Tag bin. Natürlich werde ich... What the? Raoli, der Schönling. Ja, das sieht auf jeden Fall wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich bin jeden Tag dort. Und ich werde dann, denke ich mal, der direkteste Weg ist per Twitter oder Facebook oder so oder Instagram dann immer schreiben, wenn ich irgendwo mal bin. Das Problem wird nur sein, sich dort frei durch die Hallen zu bewegen. Das ist wahrscheinlich eher suboptimal. Deshalb werde ich mal gucken, ob ich... Es soll wahrscheinlich so ein paar Stände geben, wo man dann irgendwie so eine kleine Autogrammstunde hat. Deshalb halte die Ohren offen. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag dort. Das ist zumindest geplant. Und ich meine, es ist ja auch nicht sonderlich weit. Jetzt, die Messe ist ja hier direkt in Köln. Deshalb werde ich da auf jeden Fall... Das ist eigentlich auch der einzige Grund, weshalb ich auf die Gamescom gehe. Das ist für mich jetzt nicht großartig. Hey, Pidizel guckt sich ein paar Spiele an. Sondern es ist einfach, um ein paar Leute zu treffen. Ich war ja auch letztens auf der Roleplay Convention hier in Köln. Und da bin ich dann auch hauptsächlich eher hingegangen, um ein paar Leute von euch zu treffen. Obwohl auch ein bisschen, um mir das Ganze überhaupt mal ein bisschen zu Gemüde zu führen. Weil ich war noch nie auf einer Roleplay Convention. Dieses Wochenende sind ja auch irgendwie diese Japan-Tage in Düsseldorf oder so. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich da tatsächlich hingehe. So, jetzt mal schnell wieder zurück. Hi, Dieter! Nein, das ist natürlich nicht Dieter. So, schnell wieder ab nach Hause. Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Das dachte ich mir auch, als ich die Woche in Amerika war. War zwar ganz nett, aber als ich dann hier wieder in Köln war. Das war wirklich schon mittlerweile wie so ein Nachhausekommen. Das war nicht unbedingt wieder so ein Nachhausekommen, wenn ich jetzt wieder zurück nach Hamburg gehen würde. So, ganz viel hiervon. Weil Hamburg ist einfach meine Heimat. Beziehungsweise Hamburg und Umgebung. So, 48. Kommt mal rein hier. Und dann gebt mir mal ein bisschen Ordo. Haben wir denn vielleicht sogar schon? Wir haben drei. Wir bräuchten noch einen. Ein. Komm schon. Ach, zu pittisch, Schio. Komm schon. Ich bau doch nur einen. Jetzt mach doch mal. AR. Komm schon. Ordo. Jawoll. So muss das sein hier. So. Zack. Und ein bisschen AR. Ein, zwei, drei, vier. Oh, haben sogar wieder einen umsonst bekommen. Weil wir haben ja vier Motors hergestellt, hatten aber nur vier Ordo. Okidoki. Gasförmiges Tenebrä. Du hast die Feinheiten des Schattens studiert und einen Weg gefunden, gasförmige Dunkelheit durch das Erfüllen einer Fiole mit rohen Schatten zu kreieren. Diese Fiole enthält ein konzentriertes Extrakt von gasförmigem Tenebrä, das durch einen Rechtskrieg freigelassen werden kann und dann relativ schnell in der... Oh, oh, Leute. Das klingt doch schon ziemlich... Stellt euch mal vor, das packen wir irgendwo bei den... Ein Dampfdissipator. Rijus Helfer. Was ist das denn? Ach Mist, das müssen wir wieder erforschen. Aber das könnte man da oben bei dem guten Denama freilassen, bei Smurf oder so. Einfach, das ist echt das perfekte Trolling-Tool. Oh, das kriegen wir auch schnell hin. So, Tenebrä. Okay, und dann einmal ganz loggerflogig Lux. Und gerade mal drei White-Alienis haben wir. Vakus haben wir auch. Und dann nochmal Tenebrä. Das müsste sich hier verstecken. Wunderbar, Skiso. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das hier ist. Na komm, zeig mir das. Nachdem du gasförmige... Nachdem du gasförmige Illuminar und Tenebrä kennst, denkst du, dass es ziemliche Schwierigkeiten bereitet, sie loszuwerden. Mit diesem Item, wenn du schiffst, rechts... Ah, okay. Das ist ja einfach nur, um die ganzen Sachen wieder loszuwerden. Das ist ja langweilig. Muss ich da eigentlich... Das kann ich auch komplett in meinen Bottichen machen. Also, das würde ich ja schon ganz gerne mal ausprobieren. Wir müssen dann nur gucken, wie wir AR, Motus und Tenebrä... Wie mache ich denn so eine Glasfiole? Ton und Glas. Dann kriege ich... Wir müssten eigentlich sogar noch so eine Glasfiole haben. Ich mache mal hier Glas. Okay, hier ist nichts drin. Hier kann ich zumindest schon mal das Glas... Ah, hier sind ja sogar drei Stück. Perfekt. Da müssen wir uns nur mal angucken, wie wir die drei Sachen dafür bekommen. So, einmal AR. Das bekommen wir durch Bambus. Okay, einmal Bambus. Dann brauchen wir... Was ist das andere? Oder das ist Motus, ne? Ich glaube schon. Ich habe es schon wieder vergessen. Falltüren und Tenebrä... Obsidien. Obsidien könnte ein bisschen nervig werden, ne? Ja, aber irgendjemand hatte doch so viel Obsidien. Ich gucke nochmal schnell nach. Aufgrund meines Spatzenhirnes, welches ich nicht so viel scheinbar merken kann. Ja, das war Motus. Oh, meine Nase juckt. Habe ich hier vielleicht noch ein bisschen... Vielleicht haben wir doch... Oh Gott, meine Nase. Obsidien. Oh. Heidewitzka. Was ist denn hier wieder los? Ob... Oh, das ist sogar falsch geschrieben. So, dann können wir natürlich nichts finden. Na, komm. Oh, hier wären zumindest nochmal Obsidien-Kacheln drin. Aber wir bräuchten ja ganz normales Obsidien. Oh, da. 34. So muss das sein. Ich werde jetzt sowieso mal ein bisschen hier... ... wieder was rauspacken. So, denn das brauchen wir nicht. Ein Eimer auch nicht. Quarz, Fichtenholzbretter. Federn auch nicht. Knochen. Ach, die Lampe des Wachstums. Stimmt. Haben Ernie und Ernie eigentlich mal weitergemacht? Mal gucken. Normalerweise müssten die doch... Okay, Ernie... Ey, das sieht sogar gut aus. Sauber, Ernie und Ernie. Guckt mal. Wir haben hier echt viele weitere Bohnen. Aber das Problem ist... Was ist denn das für eine Mana-Bohne hier? Ist sie denn überhaupt schon groß genug? Ich glaube nämlich nicht. Warte mal. Ich muss nochmal kurz mit der Lampe des Wachstums hier was nachgucken. Denn dann könnten wir nochmal so einen Eimer für die fertig machen. Ja, komm schon. Ernie und Ernie. Essentia kann der Lampe durch das Anbringen an ein Essentia-Röhren-System zugefügt werden. Ja, aber normalerweise... Ich glaube... Ach, war das herber? Normalerweise kann man für die Lampe des Wachstums... auch irgendwas dran slurpen. So wie wir das hier unten haben. Ich könnte natürlich... Ich weiß gar nicht, ob die hier oben auch Platz hätte. Oder ob das den Block dann letztlich... Ja, blockt. Ich gucke einfach mal, ob das was bringt. Wir haben hier hörbar... Ich nehme einfach mal das Ding mit. Und dann... Platzieren wir das einfach mal. Na komm, hörbar. Flup. Entschuldigung. Ah, okay. Und dann einmal... Hä? Wo ist meine Lampe des Wachstums? Habe ich die gerade weggelegt? Hä? Warte mal, wo... Ach, wo... Hä? Habe ich die eben irgendwo weg... Das kann doch nicht mein Ernst sein. Die hatte ich doch eben gerade noch. Lampe des Wachstums? Müsse ich ja... Die habe ich tatsächlich einfach weggelegt. Okay, kein Problem. Ja, manchmal... Mein Gehirn hat manchmal ein paar Lags. Das ist... Das ist einfach so. Okay, die kann ich da... Mache ich die mal weg hier. So. Die kann ich hier aber auch... Auf einmal nicht mehr draufstellen. Ah, doch, jetzt! Normalerweise müssten die dann auch in einem... Ich weiß gar nicht, in was für einem Radius. Ich glaube, neun mal neun Blöcke oder so um das Ganze herum. Müsste das eigentlich funktionieren. Da hinten kommt so ein kleiner Zombie-Mag-Zombie. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Genau, wir wollten unser Inventar erstmal leeren. Und dann wollten wir mal gucken, ob wir das mit diesem Dingens hinbekommen. So, das mal weg. Die Luftscherben. Haben wir denn alles? Wir haben Obsidian. Wir benötigen dann noch ein wenig Bambus. Dann können wir hier nochmal kurz Mähdrescher spielen. So. Mjam, 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 mjam. Oh, oh, oh Gott! Mjam, 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 mjam. Mjam, 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 mjam. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon letztlich brauchen. Oh, Creeper! Oh, ich bin weg. Lieber hier. Hier ist kein fieser Creeper im Wasser. Oh, hier sind noch fiese Zom... Oh, du, du Erklauder, ey. Suck it down. So, 44. Sollte meiner Meinung nach reichen. Ist denn hier... Wieso ist denn hier wieder kein Wasser drin? Da ist denn hier wieder los. Na, komm. Können wir den einen hier gleich wieder mitnehmen? Ähm, lieber Eimer. Dankeschön. Und dann brauchten wir... Ach, genau, Falltüren. Hm, wo hab ich das Holz reingetan? Glaube ich sogar auch hier, oder? Ja. Jetzt muss Pedissel natürlich nochmal wissen, wie man Falltüren... Ist ja nicht so, als hätte ich die schon gefühlt 20.000 Mal gecraftet. Ah, verdammt, ich hätte das sogar so gemacht, wie ich mir das gedacht hätte. So, einmal Falltüren. Acht Stück. Ich glaube, das reicht mir den acht Stück nicht. Zehn. Jetzt haben wir zwölf. Wie viel muss denn da rein? Wie viel Modus? Na, komm. Das wollte ich eigentlich auch mal schon längst machen, den Dunkelmagneten. Weil der, der, der interessiert mich eigentlich auch. So ist er jetzt, das jetzt. Der bei taumatische Bastelei, ja, hier. Acht baue ich nur, ja, perfekt. Dann haben wir doch hier alles. Und am Ende kommt die Glasfiole da rein. So, einmal kurz Wasser holen. Haben wir ja nicht so viel hier in der Umgebung. Absolute Wüste. Oh, da ist das... Oh, da sind ja direkt schon 15... Achso, 15 Ordo. Aber der ist schon wieder so voll, der Body. Warte mal, dich baue ich mal ab. Zeig. Okay, dann haben wir ein bisschen Flux, was hier so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Aber... Ach, mein Gott. So, dann müssen wir schon wieder Wasser holen. Aber wenigstens haben wir diesen ganzen schnöden Kram da weg. Weil sonst wäre uns der Body wieder um die Ohren geflogen. Ich sag es euch. So, rein damit. Und dann... Einmal... Äh, Entschuldigung. Ah, okay. Die müssen noch mal schnell nachgucken. Wie viel ich denn jetzt davon nochmal brauche? 16! Oh Mann, ey. Tatat! Ach, nein. Wie kann man nur so doof sein? Wir haben doch nicht mal so viel Zeit. Glaubst du an? Okay. Perfekt. Das Ding wird uns wieder komplett überlaufen. Höh? Hörbar? Ah, nee. Da ist doch das so. Ja, da sieht man schon, wie es wieder überläuft. Das ist so ätzend. Und ich weiß auch nicht, wie ich das verhindern kann. Weil das ganze Tenebrä geht jetzt zum Beispiel schon wieder weg. Wir brauchen 10 davon, 16 Tenebrä und wir müssen jetzt... Oh, oh Gott. Ja, da ist auch schon wieder... Das ist doch sowas von ätzen. Kann mir das mal bitte jemand von euch Taumcraft-Experten, weil das ist eins meiner größten Probleme. Wie ich das genau... Jetzt haben wir hier schon wieder so einen absoluten Salat. Oder was passiert denn, wenn ich jetzt so eine gute alte Fiole da reinwerbe? Kriege ich irgendwas? Ja, uh. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich muss das nochmal... Ich brauche dann irgendwas. Wahrscheinlich, was nicht so viele andere Elemente hat. Aber was soll ich da großartig eine Luft scherbe? Da könnte man mal nachgucken. Stimmt. Und dann einfach am Ende den Schlüssel reinwerfen. Das muss ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal merken, meine Damen und Herren. Wir stehen ein wenig neben unserem kleinen Bottich und sind ein wenig traurig, denn ich hätte ganz gerne den Schatten noch überall verteilt. Nun gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen noch ein traumhaftes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.